Moin moin, liebe Zuschauer. Wir sind heute bei Hugendubel und für alle Game of Thrones Fans haben wir einen ganz besonderen Gast. Tom Lashia ist heute bei uns. Er ist bei Game of Thrones, Jagan Harkar. Könntest du uns eigentlich jetzt noch spoilern? Weißt du, wie es ausgeht? Ich kann euch natürlich erzählen, wer auf dem Eisernen Thron sitzt am Ende. Okay, erzähl es mir nicht, erzähl es mir nicht. Guckst du das jetzt so in Echtzeit wie wir alle oder guckst du es dir jetzt gar nicht mehr an? Na ja, normalerweise, nee. Also uns wird auch nichts gezeigt. Bei den anderen Staffeln habe ich es immer so gemacht, dass ich gewartet habe, bis alle Folgen raushören. Habe das dann in einem Rutsch geguckt und jetzt funktioniert das aber, glaube ich, nicht so richtig. Du wirst ja überall gespoilert. Du musst ja auf Zehenspitzen durchs Netz gehen. Du kannst nirgends hingehen. Du kannst nicht mal irgendwie auf eine normale Nachrichtenseite gehen. Und deswegen gucke ich jetzt auch brav jede Episode, wenn sie kommt. Hast du jetzt in dieser Staffel mitgedreht oder würde das auch wieder gespoilert werden? Spoiler kann ich dir, wie gesagt, nicht geben. Also tauchst du nochmal auf. Wie kommt man zu so einer großen Produktion? Rufen die einen an oder bewirrt man sich? Ja, nee. Also selber bewerben kann man sich natürlich nicht. Es wurde ganz normal gefragt von der englischen Casterin Nina Gold, ob ich für speziell die Rolle ein Casting mache. Wie war die Rollenaussteigerung? Wir suchen einen sehr kruseligen. Nee, das ist dann in dem Fall immer sehr sparsam. Also die sagen da gar nichts dazu. Die schicken dir eine kurze Szene und wollen sich selber überraschen lassen. Also weil sie ganz oft selber auch gar nicht wissen, so genau wie sie es wollen. Also das Einzige, was ich wusste oder was vorgegeben war, er sollte einen Akzent haben. Aber das war jetzt kein Problem. Und dass der Charakter irgendwie geheimnisvoll ist, das konnte ich aus dem Text entnehmen. Ansonsten stand da nicht viel dabei. Wusstest du, was das für ein großes Ding ist? Nee. Also ich hatte Game of Thrones. Das war ja für die Staffel 2 und die Staffel 1 war da noch nicht gelaufen. Ich hatte noch nie von Game of Thrones gehört. Also ich kannte die Bücher nicht. Es gab ja zu dem Zeitpunkt auch so eine Fanbase in Amerika, wo ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland schon so bekannt war. Nee, aber ich hatte das noch nie gehört. War das am Set auch so düster? Ja, es war schon öfter mal das Licht aus, ja. Speziell an meiner Storyline, dieses House of Black and White. Also was mich fasziniert hat, ist, dass die das ganze Ding tatsächlich hingebaut haben. Weil als ich die Drehbücher zum ersten Mal gelesen habe, dann dachte ich, ah, da ist ganz viel Trick dann hinterher und das wird alles im Computer gemacht. Aber die haben das tatsächlich eins zu eins hingebaut, also mit diesen hunderten oder tausenden Masken, die da an den Wänden hingen. Und das war wirklich wie eine Kirche, die da gebaut wurde. Du hast bestimmt geile Selfies gemacht da, oder? Ist bei Todesstreife verboten. Und hast du welche gemacht? Ist bei Todesstreife verboten. Er hat welche gemacht, ich bin mir ganz sicher. Ja, und jetzt liest du hier heute aus Game of Thrones. Ich dachte, ich lese aus einem anderen Buch. Finde ich auch cool, ja? Hast du dich eigentlich selber synchronisiert? Ja. Macht das Spaß? Ja, auch, aber es ist eher so ein, also ich finde, ich will das unbedingt machen, weil wenn in meiner eigenen Sprache mich jemand anders synchronisiert, dann kriege ich gespaltene Persönlichkeit. Was gibt es jetzt noch für Projekte, die du vorhast? Ich habe letztes Jahr in der zweiten Staffel von Jack Ryan mitgespielt und dann drehe ich gerade die zweite Staffel von Das Boot. Die erste Staffel läuft seit November, glaube ich, ist auch sehr erfolgreich in über 100 Länder verkauft. Sehr gut, also Leute einschalten und vor allem Game of Thrones. Ein Mann liest gleich noch die Piste, würde ich sagen.